Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 22. September Sie wunderten sich alle der holzseligen Worte, die aus dem Munde Jesu gingen, und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Lukas 4, Vers 22 Herzkranke wissen, wie gefährlich ein plötzlicher Wetterumschlag für ihr Herz sein kann. Wissen wir aber auch, dass es einen Wetterumschlag im Herzen geben kann, der für unser ganzes Leben, für Zeit und Ewigkeit gefährlich ist? Von solch einem Wetterumschlag der Herzen ist hier die Rede. Jesus war nach Nazareth gekommen, wo er seine Jugend verlebt hatte. Das gab eine gewaltige Aufregung. Der unbekannte junge Mann war ja berühmt geworden. Kein Wunder, dass das Versammlungshaus am Sabbat überfüllt war. Jeder wollte Jesus hören. Und wie heilig sprach er nun. Ich bin gesandt, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen. Gebannt lauschte die Menge. Jeder fühlte ja, wie Natur, Leidenschaften, Sünde, ja der Teufel ihn gefangen hielt. Gab es wirklich eine Freiheit? War der Mann da vorne wirklich der Heiland der Verlorenen? Es fehlte nicht viel und mancher hätte an ihn geglaubt. Aber da, mitten in Jesu Rede, geschah es, dass die Zweifel aufstiegen. Was soll das? Den kennen wir doch. Der ist doch der Sohn des Zimmermanns Josef. Wir lassen es doch nicht dumm machen. Wetterumsturz der Herzen Genauso geschieht es noch heute, dass jemand vom Heiligen Geist ganz nahe zu Jesus gezogen wird. Aber auf einmal wehrt sich die alte Natur. Ich will ja gar nicht Jesu Eigentum werden. Nein, ich will nicht. Herr, lass uns durchbrechen durch alle Hindernisse, bis wir ganz dir gehören. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.